Das ist Yuki Puki. Yuki O. Also, ich bin schon wieder im Toilettenhäuschen. Ich weiß nicht, warum. Das Spiel weiß einfach, dass ich immer pinkeln muss. Er ist hier. Weil schon wieder die Fuse hierher kommt. Wo war sie vorhin? Auch im Toilettenhäuschen. Ich muss hier weg. Nein, wo sie lag dann. Weiß ich nicht. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Ich habe Angst. Irgendwo nebendran im Häuschen. Oh, er verfolgt mich doch. Und er ist schnell. Er ist böse. Er ist der Fleckenzwerg. Nein. Ich bin Foxy. Du hast so komisch geredet. Da hatte ich mich für Schiss gefragt. Ist er bei dir? Ne, nicht mehr. Er ist beim Auto. Beim blauen. Das blaue Auto ist im Norden. Okay. Alles klar. Dann suche ich jetzt mal weiter die Fuse. Gott, wir humpeln uns hier alle in Ast ab, weil wir schon so lange gesprintet sind. Ich lege unter dem Bett. Warum? Achso, weil du nicht mehr rennen kannst. Das Problem ist, er ist hier. Er ist hier. Haha. Honkulus. 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 Also bisher leider keine Fuse gefunden. Oh, aber Gas. Nehme ich das Gas jetzt mit? Was war denn oben für ein... Blau. Für ein... Das große. Also geh ich hoch. Dann geh ich hoch zu dem Auto, offensichtlich. Er ist hinter mir her. Er will mich jetzt. Oh, hier haben sie eine Batterie. Die ganz... Och, die sind alle hier. Du machst dir das mal zu. Wenn ich eine rige Frau war, dann baue ich jetzt den Tank ein. Ich habe leider kein Messer. Aber Böller. Oh, ich glaube, er hat wen. Okay, dann kann ich ja jetzt schnell rein. Ich versuche hier schon zum dritten Mal Tony, Tommy Jarvis zu rufen. Und jetzt ist es gelungen. Oh, er kommt schon wieder rein. Oh, fuck, bin ich dumm. Da kommt jemand im Tank. Äh, macht die Batterie. Fuck! Erst bei euch? Ja, ich weiß. Super. Ja, bist du tot? Nee, nee, nee. Ich hatte so ein Glück. Dass er das falsche Bett erst mal trittiert hat. Mann, warum hat er denn hier schon alles kaputt gemacht, der Pimmel? Weil der schnell rumpimmeln kann. Mann. Oh, jetzt ist jemand tot, oder? Oder ist denn eine Falle gelatscht, alternativ? Okay. Wo bist denn du? Ah! Ganz im Oste. Äh. Okay, ich bin da, wo du Tommy Jarvis gerufen hast. Findest du jetzt mal die Fuse, bitte? Hier ist alles geludet. Oh, da liegt der Schlüssel am Auto. Kommst du mit mir zum Auto, oder? Ja, kann man machen, aber... Er ist bei uns. Ja. Er ist hier drüben. Ich weiß, ich bin da auch ungefähr. Ich laufe jetzt halt zum Auto. Da rennt noch jemand hin. Naja, es ist ein Viersitzer. Hast du eine Waffe? Nur eine... Eine Dingspistole. Hä, was macht sie? Oh, sie haut ab. Ich weiß nicht, warum. Womit? Ja, mit dem Schlüssel. Sie hat den aufgehoben. Oh, die Fuse. Hast du sie? Nein, aber sie ist auf der Map. Da geh ich jetzt hin. Da rennt schon einer hin. Ja? Aber jetzt renne ich hin. Nein. Oh Gott. Er ist beim Auto. Rennst du jetzt hin? Ja. Okay, dann warte ich unten beim Toilettenhäuschen auf dich. Hab sie? Machst du Hab sie? Hab sie. Ja, das ist doch echt dämlich. Da hast du den Autoschlüssel und dann rennen sie damit weg. Ich verstehe es auch nicht. Baust du das ein? Ja, ja, aber ich muss erst mal ganz kurz campen gehen. Wartest du schon am Telefon? Kann ich machen. Hast du es? Ich stehe da und warte, ja. Und das ist schon abgeschlossen. Dass wenn er mich killt, dass du noch... Oh, hier ist eine Falle. Hast du Heilung? Nee, aber ich hab ein... Also auch. R. R. L. Hast du auch ein Messer? Ja, komm, mach. Ja, ich mach's. Bist du in die Falle gelatscht oder was hast du gemacht? Nein, nein, nein. Ich hatte ein Messer. Wo rennen wir dann hin? Im Osten. In die Häuser. Da sind so viele. Okay. Nicht hin, das. Noch weiter. Oder? Okay. Ja, ja. Das können wir jetzt zum Schluss aufheben. Ist vorne offen. Ich will aber auch hier reinhüpfen. Was haben wir? Hier noch einen Schraubenschlüssel. Weg da. Quarki-Dorki. Und hast vorne nicht abgesch... Hallo? Lag da noch ein Basie zufällig rum? Nee, ne? Nee. Perfekt aufgebaut. Weißt du, was perfekt wäre? Ich zeig's dir mal. Nein, lass es doch, bitte. Ja, ich weiß, wenn's ein bisschen in der Tür noch drin liegt. Wollen wir das Haus unten drunter jetzt nehmen? Oh, ich kann's nicht deaktivieren. Sie stiefeln sonst rein. Drunter? Da wollten wir doch gerade nicht hin. Stimmt. Wenn dann gegenüber. Ja, das ist es ja. Nee, hier. Da. Das meinte ich. Das ist auch groß. Da können wir nach hinten raus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und der andere kommt auch. Dann sind wir zu dritt. Das ist nicht so gut. Er ist hier. Wer? Jason. Jason? Nö. Ja, er kommt hinten rein. Du bist da ganz woanders. Wo bist du? Ja, wir hatten gerade gesagt nicht in das Haus. Das bin ich aber gelaufen. Du hast wirklich eine Aufnahmefähigkeit von der Wurst manchmal. Wir haben gerade gesagt, da wollen wir nicht hin. Warum denn nicht eigentlich? Ja, weil da kein weiterer Ausgang ist. Stimmt. Ich komme jetzt zu dir. Er ist hier, ne? Pass auf, er schlägt wahrscheinlich... Ich bin hier nicht meinen Baseballschläger weg. Ja, das war scheiße aufgebaut, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ja, ist eh egal. Der fliegt doch eh dann rein. Haben wir noch irgendwas anderes? Noch ein Rohr. Das war richtig scheiße gemacht. Na, locken doch hier rüber dann. Jawohl. Und raus. Okay. Oh, springen war dumm. Wohin? Ja, vielen Dank. Was denn? Also mein... Ja, du lagst halt da. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Oh nein, 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 nein. Oh, danke. Oh, er ist wütend. Das ist ein gutes Haus. Komm hier hinten rein, komm hier hinten rein. Komm hier hinten rein. Alle hinten rein. Dann können wir hinten noch raus. Wenn er rein... Oh! Oh! Das ist doch... Das ist doch Slapstick, was du da machst. Komm hier hinten raus. Natürlich. Deswegen hab ich's doch gesagt. Okay, schön, dass ihr das jetzt alle macht. Oh, ich komm hier raus. Ich weiß nicht, was du da machst. Ja, weil er doch wütend ist. Tür auf, Tür zu. Ja toll, ihr seid ja... Nein! Ach man, du hörst mir auch nicht zu. Jetzt hör auf. Ja, es ist doch so. Ich mein, wenn Tommy Jarvis dann halt vor mir da rumsteht und aus dem Fenster hüpft und ich bin halt die Letzte, die die Tür mal zumacht. Du halt bist erst mal rausgegangen, hast du zugemacht, dann nochmal zugemacht. Das ist ja dreimal auf und zu. Ja, dann mach du's doch das nächste Mal. Ganz einfach. Anstatt dir ein schönes Nest zu bauen. Nee. Nur weil du unbedingt wolltest, dass Tommy Jarvis da noch mit reinkommt. Und der hat's mir dann versaut. Der hat's mir versaut, der blöde Penner. Magmoon. Magmoon 007. Ach, leck mich. Jetzt hör auf, so laut zu sabbeln. Ich hör da nichts. Magmoon 007. Ach, so ärgerlich. Ich dachte, die Tür daneben wäre zu gewesen. Hm, falsch geguckt. Mein eigenes Grab geschaufelt. Vor mir die Tür zugemacht. Ja, super, dass jetzt nur noch Tommy Jarvis lebt. Hm, glaub ich auch nicht lange. Ja, das hat er verdient. Ach, schade. Schade, war trotzdem gut. War gut. Higgins. Haven. Das bin ich. Das ist schon wieder der Tumorman. Eindeutig. Das ist Richman, oder? Ja. Oh, ja, komm. Das ist doch, das ist doch nicht mehr auf Zufall getrimmt. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin im Nirgendswo gespawnt. Hier ist nichts. Nirgends. Nirgendswo. Nirgends. Ich bin unten beim Auto. Demnächst. Wenn ich 10 Kilometer gelaufen bin. Da sind aber auch andere Menschen. Unten. Ich bin beim anderen Auto. Beim großen Haus. Ich hab schon eine Batterie gefunden. Hier ist das blaue Auto. Das ist blöd. Das blaue Auto ist schon besser. Quarki-talki. Meine Güte. Wie ein dummer Fettarsch. Drückst du immer wieder das Falsche, oder was? Ach, ich hab einen von vier Knöpfen hab ich in der richtigen Zeit gedrückt. Jetzt ist er da. Toll. Ist die Fuse da unten irgendwo? Keine Ahnung. Das hab ich noch nicht festgestellt, weil ich nur in einem Haus war und dann... Ich hab einen Autoschlüssel. Schlüssel, Luis. Ey, ich brauch eine Map. Lass mich hier rein. Ich hab gerne eine schönere Waffe als eine Machete. Was hast du jetzt eingesetzt? Die Batterie. Oh, da oben liegt ja... Fuel. Wo? Ja? Ich hab keine Map. Im Osten. Wenn ich mal eine Map hätte, dann könnte ich sie auf dem Rückweg mitbringen. Ach, ich renne da jetzt hin. Das bringt aber nichts, weil natürlich sind alle unten bei diesem Auto. Und da ist er, glaube ich, auch. Hier oben ist eine Batterie. Dann bring du das Fuel mit zu dem anderen Auto. Ich bring die Batterie noch mit. Okay, lass mich grad erst mal schauen, wo das ist. Ah, da ist ja... Okay. Ist schlecht, weil ich hab ja sonst nichts, aber okay. Ich mach's trotzdem. Dann lauf ich halt oben lang. Was? Wo oben denn jetzt? Na, ich muss halt oben über den Friedhof laufen. Oder halt schwimmen. Und er verfolgt grad jemanden. Ich könnte natürlich schwimmen. Mach ich das halt. Oh, danke Gott, es ist tatsächlich fertig. So, das eine Auto ist fertig. Wir bräuchten nur noch Fuel. Hast du Fuel jetzt in der Hand? Mann, ich schwimm gerade. Ich muss mich kurz konzentrieren. Da liegt ein Highspray. Willst du das nicht? Hier, da auf dem Baum. Ich würde gerne noch irgendeine Waffe haben. Ich hab auch keine. Ich guck nur mal ins Haus, aber hier sind keine, ne? Oh ja, auch keine Map. Das ist so nervig. Du musst vorher mal auf die Map gucken und mir dann sagen, wo wir langfahren. Jo. Ah, jeden ist noch ein Topf. Oh fuck, er ist hier, er ist hier und ich hab keine Ausdauer. Ich hab auch keine Ausdauer. Irgendjemand muss mir helfen. Ja, ich hab auch keine. Ich hab keine Ausdauer. Warum schreibst du mich so an? Ja, weil ich dir gerne helfen wollte, aber es geht halt nicht. Ich bin tot. Es geht nicht. Sie hat jetzt auf einmal keine Ausdauer. Die ganze Zeit hat sie eine Ausdauer-Regeneration, die ist sagenhaft und jetzt auf einmal ist sie der lahmste... Ich laber nicht so viel. Fuck. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Die ganze Zeit ist die Ausdauer-Regeneration... Und dann auf einmal ist sie irgendwie im Winterschlaf-Modus aktiviert worden. Also das war ja richtig eine Nullrunde hier. Magmoon ist ja schon wieder Tommy Jarvis. Ich hab's jetzt echt nicht gerafft. Die Ausdauer war die ganze Zeit... Super. Versteh ich nicht. Keine Angst, gar... Ja, Ram, was hast du dann gemacht? Nichts. Ich bin ganz normal gelaufen. Das ist einfach nur... Oder was? Ich bin normal gelaufen und da wollte ich zu dir rennen und auf einmal war die Ausdauer komplett weg. Und... da konnte ich mich auch hinhocken und es war extrem langsam, die Ausdauer-Regeneration. Und was denkst du, was der Grund dafür ist? Weiß ich nicht. Also Angst hat sie sich ja nicht. Aber es kann schon sein, wenn sie Jason sieht, dass es dann irgendwie beschissener wird oder so. Ich weiß es nicht. Die Polizei ist auch gerufen. Ist eigentlich nur schlecht für uns gelaufen. Die andere tankt jetzt das gelbe Auto wahrscheinlich. Wenn sie... Naja, dann muss sie die Falle latschen. Ach man, ärgerlich, ey. Tommy Jarvis nimmt sich dein Zeug. Wo ist meine Leiche eigentlich? Sieht man nicht. Guck nur vor die Tür. Ja, super. Der kann jetzt hier flüchten. Das war unser Plan. Der Typ. Wegen dem bin ich vorhin gestorben. Wegen... Er hat dich gerettet. Erstmal. Nee, das warst du. Nein. Das warst du als mein Partner. Doch. Ganz sicher. Das könnte vielleicht sein Ende sein. Naja, wenn man einfach nur mal kurz anhält und nicht gleich weiterfährt, kann der andere noch einsteigen. Oh Gott, wo fährt der lang? Ach so, richtig. Na da, im Nebel. Ja, stimmt. Hätte natürlich noch wen anders mitnehmen können. Naja, da kommt ja eh gleich die Polizei. Es sind nur noch die zwei. Nee. Doch. Also er spielt nicht besonders gut, sondern wir waren besonders schlecht. Yes. Du kannst dir jetzt auch dein Wein holen, wenn du willst. Oder? Nee, ich will jetzt noch zugucken hier. Die, die dieses Bunny spielt. Den Charakter hatte ich auch. Glaube ich. Walli? Wer ist Walli? Banni. Hase. Häschenohren. Also Yuki Tero. Ja. Und was ist dann? Hä? Ja, und weiter. Oder war ich die andere? Na, der Charakter, glaube ich, war ich. Aber ich weiß es gerade auch nicht mehr. Hat doch keine Relevanz, oder? Ich wollte es dir nur sagen. Ach so. Bim. Bum. Bum. Da außen kommt er. Batz. Das Brett in den Suppenschacht gehauen. Ist der jetzt schon wütend, oder? Nee. Warum will sie da vorne raus? Das kann ich dir nicht sagen. Verstehe ich nicht. Hä? Wo ist er denn? Wo ist er denn gelandet? Tja, Jansson. Zu spät. Noch 53 Minuten. Sekunden. Nicht Minuten. Ja. Hm. Komisch, der kann so viel rennen. Ich glaube, ich wäre an ihrer Stelle wieder ins Haus. Wieso? Aber daran denkt man ja nicht. Weiß ich nicht, weil das... Hier könnte die Polizei kommen. Stimmt. In neun Sekunden. Ich wünsche es ihr so, dass sie nicht hier ist, die Polizei. Wieso? Eins. Tja. Oh, fuck. Und die Lichter bleiben aus... Was da ist. Der Jason Lee. Oder wie hieß es? Jasonil. Jasonil. Nil, ja. Von hinten kam er angefiehlt und sie ist abgehauen. Ich fand das eben cool. Du gestorben. Sie rennt da schon so zielgerichtet hin und dann. Jetzt stehe ich ganz oben, komischerweise. Ja. Und du wirst es wahrscheinlich wieder. Oh, nee. Wie witzig. Ja. Ah. Das gibt es doch nicht. Ich war es schon dreimal und du null. 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 Oh, der Eistee ist so lecker. Ja. Ja. Finde ich auch langsam ein bisschen unverschämt. Hinter mir links. Hinter dir links geht's weiter. Du bist ein kleines Schnuffeltier. Ich probiere diesmal etwas ruhiger zu bleiben. Es fällt mir aber schwer. Äh. Hast du schon einen? Ach, hör doch auf. Und jetzt? Mit solchen Sprüchen. Wusch. Was heißt hier schon? Das ist unverschämt. Warum schießen die mich an? Weil sie unverschämt sein wollen. Was denn? Hast du einen? Nee, nee. Schon angeschnitzelt. Der Knaller in der Hand ist stärker als... Oh, ist das fies. Ich hatte sie. Und sie hat ein Messer. Und dann war sie außerhalb des Fensters. Hä? Naja, du weißt schon, wenn sie manchmal... Aber sie hat ein Messer oder was? Ähm, nee, die andere hat sie geschlagen. Aber dann war sie halt außerhalb des Hauses. Hat dich geschlagen. Oh, jetzt. Ärger mich nicht. Klick. Klicke russ. Okay. Lass doch schon einen. Könnte ich ja mal schwimmen lassen. Ich fühle mich so frei. Bring it so frei. Party and the time. Every ducky doom. Schnubidubidu. Piepsi, piepsi, Wurm. Aus. Die Maus. Einer ist schon mal gut. Das ist besser als Null. Einer ist besser als keiner. Was ist das? Servierten. Das ist unverschämt. Hm. Warum habe ich eigentlich schon wieder die Map? Wo so viel Du weißt schon. So weitläufig ist. Das kannst du mal gleich lassen. Sind sie das? Na, du kannst doch hier reinkommen. Ja, ja. Du kannst doch hier reinkommen und dann werde ich angeschnauzt. Quatsch. Quatsch. Du hast mich vorhin auch gekillt und ich habe nichts gesagt. Ansonsten ist es ja für mich auch relativ uninteressant, wenn ich hier rumrenne ohne Angst. Angst. Ich muss trotzdem Angst haben. Das stimmt. Weil man auf dein Wort nichts geben kann. Dass du mich verschonst. Hey, es ist doch hier alles gelootet. Hey, es ist doch hier alles gelootet. Die müssen doch mal irgendwas gemacht haben. Haben sie doch auch, oder? Eine Batterie eingesetzt. Ah, ja. Eben. Ja, das ist doch nix. Hey, das ist doch ja, ja, nix. Ist es. Jetzt rennt der mir hier noch entgegen. Ich habe keinen Plan, was die hier machen. Ich finde aber auch nichts. Du hast doch schon wieder wehen. Da stöhnt doch jemand in der Ferne. Aber das eindeutige Indiz dafür ist eher dein wildes Geklicker. Ich klicke doch gar nicht wild. Ach so, das bringt ja gar nichts. Du warst halt schon überall. Die waren auch überall. Ich raff's nicht. Da höre ich es doch schon. Klick, 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 klick. Ja. Knuddeln! Denn nur wer richtig knuddelt. Weiß, wie man geknuddelt wird. Hast du dich wenigstens getroffen? Nein, ich bin extra einen Meter weiter zurückgegangen. Hm. Wo bist du denn? Hier und dort. Und überall. Nur nicht da, wo irgendwelche Leute sind. Hörst du die Mutter rufen? Ja. Hör ich. Echt? Ja. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Wegen. Hörst du die Regenwürmer husten? Komm schon. Komm schon. Lass mich ihn killen. Tja. Nix da fuck you. Hast du? Hast du? Es ist einfach nix da. Es ist nichts da. Ich habe keine Ahnung. Alles abgegrast. Irgendwo muss doch das Zeug rumliegen. Ich finde nichts. Ach. Die anderen auch nicht. Ich finde nix. Die anderen auch nicht. Das ist doch... Ah. Du Arsch mit Ohren. Das ist echt unverschämend. Das ist echt unverschämend. Die Regen hat vor zugemacht. So wird es schon mal nix. Ah. Du bist halt doch einfach so dumm. Bist du nicht mehr irgendwie wütend? Nee. Okay. Okay. Das ist scheiße. Wir finden aber auch nix. Ey. Ich bin ne ganze Runde gerannt. Ah. Hier waren wir auch überall. Das gibt's nicht. Haben die hier irgendwas vergessen? Hast du die eigentlich getötet, die den Pulli hatte? Nee. Das ist für ein Schruz. Ah. Damn. Ist die mit dem Pulli noch unterwegs? Oder was? Ja, ja. Die... Ich hab sie grad gekrapscht. Aber sie hat ein Messer natürlich. Hat irgendwie nicht geklappt, ne? Nope. Es könnte sein, dass ich zu früh eingegriffen hab. Ich glaub... Warst du kurz gestaggert, oder? Ja. Ja, ich glaub, ich hab zu früh geschlagen. Das könnte es sein. Das ist Parkanack. Okay. Das bringt ja hier so nichts, wenn ich, äh... Wissen wir ja. Was? So, geradeaus. Ein bisschen links. Was? Du machst das Licht aus. Was? Sonst... bringt es hier gar nichts. Wir rennen hier alle Runden und hoffen, irgendwas zu finden. Das gibt's nicht. Ich... Ich war wirklich überall. Oh! Das macht Spaß, wenn es klappt. Sonst macht's natürlich nicht so viel Spaß. Das macht's... Das macht's... Das macht's falsch. Das ist mächtig. Das macht's auch помог. Das macht's nicht so zu tun. Das macht's nicht so. Das geht's ja... Das macht's nicht so viel Spaß. Und ich... Wieso? Keine Ahnung, weil die da auf der Straße rumstehen. Natürlich. Messer. Warum bist du jetzt eigentlich hinter mir her und verfolgst die nicht mehr? Ich wusste nicht, dass du das bist. Warum ist denn hier auch überall wieder das Licht an? Ist das hier nervig. Ey, du sollst mich jetzt schon töten. Oh! Du machst da doch wen. Der höre ich doch schon. Oh, wie viel Messer hat denn Tommy Jarvis? Blöder Pimmel. Das ist doch dumm. Okay. Wo war das jetzt hier nochmal? Links. Nur noch wir zwei. Ja? La 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 la. Hä, was mache ich denn hier? Ah, da ist es doch, irgendwo schnauft es doch. Hoi. Mist. Bist du der Letzte oder was? Nö. Haha. Ist das nervig. Ja, ja, you cannot die. Ah! Ohohoho. Endlich ist der tot. Der ging mir so auf den Sack. Weg mit den Augen! So. Da fehlt auch nur mein kleiner Runzel. So unverschämt. Haha. Haha. Was ist das doch? Haha. Kannst du gleich runternehmen. Dein Stinkefinger da oben. Ohohoho. Ah. Ach, da war es denn. Das war glücklich. Mann. Warum krapsche ich immer daneben? Ich habe gerade Schlagen gedrückt. Da bin ich den Schritt nach vorne gegangen. Mann. Hä? Hä? Du hast... Ja. Durch den Couch. Über den Tisch. Über den Tisch hinweg. Das ist ja blöd. Ja. Na gut. Ich habe mich da gerade so sicher gefühlt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach. Na gut. Da wird erstmal drauf angestoßen. Klöööööö. Hahaha.